Hallöchen und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Let's Play Super Luigi 64. Ähm, wir waren, wir wollten jetzt in die nächste Welt. Die ist oben, ähm, das ist die Welt, wo man auch die Größen, sich da alle verändern und so. Ach, jetzt gehen wir mal außen rum. So, ähm, ich glaube, das war hier. Nein, da ist der Spiegel. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir müssen mal anquatschen hier. Oder war es der? Ich glaube, das war der, den müssen wir anquatschen. Jupp, den mussten wir anquatschen. Da haben wir auch schon unseren nächsten Stern. So, äh, hier wollten wir rein. Und jetzt geht es los. Wo wollen wir denn reingehen? Wollen wir da reingehen oder da reingehen? Ich glaube, wir fangen mal damit an und gehen rein. Pflückt die Blume. Wie süß. Ja. Jetzt ist ja eigentlich kaum gefährliche, gefährlich hier. Ist kaum noch was gefährlich, da wir so eine schöne Größe haben. Aber allerdings müssen wir es jetzt andersrum machen. Ja, ähm, runter. Nein, ich will da nicht rein. Da ist dieser doofe, fette, dumme Fisch mit der Sonnenbrille. Ja, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, da gefressen zu werden. Weil die müssen auch jetzt angeben hier, weil ich so winzig bin. Allerdings sind sie ja immer noch nicht so stark, wie sie denken. Mensch, ich finde mich so winzig hier. Und die Welt ist viel zu groß. Ah ja, das ist eine spezielle Welt. Das ist immer so schön winzig hier. Dann kommt man hier schön wieder ran. Ach, da verzichten wir jetzt auf den Pilz. Da, ähm, das habe ich gesucht. Perfekt, da können wir jetzt gleich rein. So, äh. Für ihre Größe sind die ganz schön flink. Ja, und wir gehen gleich nochmal rein. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich sage schon ein bisschen. Das war ganz schön ärgerlich jetzt. So, und die müssen wir jetzt... Ja. Ich hasse Feuer. So, ich fühle mich jetzt auf einmal so geschrumpft. Lassen wir jetzt gegen diese blöden Blumen kämpfen hier. Au. Hier wird es hier ganz heiß hier. Jetzt müssen wir diese blöden Blumen hier killen. So, die nächste haben wir. Ähm, ja. Da ist die nächste. Ähm, ja. So, und da haben wir schon die nächste. Und jetzt kommt noch eine einzige. Dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Jupp, wir haben es geschafft. So, und wir... Da ist hier noch eine. Ja, komm raus. So, und das war jetzt die letzte. Jetzt kriegen wir wohl einen Stern. Jawoll. Wunderbar. Und da haben wir unsere nächsten Stern. Mir fällt gerade noch was ein. Wir brauchen nur noch 30 Sterne. Dann ist das letzte Play auch schon beendet. Glaube ich, teilweise. Aber was soll's. Das dauert noch ein bisschen. Ach, müssen wir jetzt nach oben klettern oder so. Eigentlich müsste ich auch hier im Baum stehen. Jupp, da kommen wir auch nicht hoch. Ja, jetzt komm mal her. So, dann mit denen schon mal weg. Irgendwie müssen wir auch schon rüberkommen. Nein, ähm, das klappt nicht. Jupp, ähm, das klappt nicht. Es ist wieder kochen, Tais hier. Ja, ähm, ich möchte einfach nur hoch. So, wunderbar, ähm, jetzt sind wir schon fast oben. Ich glaube, wir lassen uns jetzt mal schrumpfen. Ja, der hat meinen Sprung jetzt total ruiniert. Oh, ich hasse diese kleinen Roboter, was auch immer das sind hier. Die hasse ich total. So, springen wir mal richtig hier rauf. Und da ist, glaube ich, das, was wir suchen. Jawohl, da ist unser Stern. Und, ja, wir sehen uns im... Nein, wir sehen uns jetzt nicht. Wir machen noch einen... Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und ich sag schon mal Tschüss.